ein neuer tag ein neuer booster folge 1118 hallo herzlich willkommen der ging gut auf hier sauber und schnell wir fangen wieder an mit einer pflanze und zwar haben wir hier die sea schwertlilie dann oliven duft drache brandharz brigade wegfinderfee sternstarren eines wehrtigers heiz spionierende spinne das ende der sieben herrscher eine rare karte und zwar purun fee der besitzergreifenden finsternis holo ist eine normale der sturmgeist und wir haben zum schluss es ist wieder eine herrscherkarte bzw ein vollstrecker lenneth hüterin der vermächtnisse ja schöne karte sehr sehr schönes artwork und auf der rückseite haben wir dann ihren stab als insignie und kontrakt kerukion sternenschwert okay es ist ein schwert das ist kein stab ich korrigiere mich gern sah aus wie ein stab in erster auf dem ersten blick ja sehr schöne karte haben wir wieder ein schönes highlight und ich bleibe bei meiner meinung das display gönnt wirklich sehr bedanke mich bei euch wieder fürs zuschauen und wenn ihr wollt dann sehen wir uns was was Untertitelung des ZDF, 2020